Du bist der Halter einer Hündin, die aus alterstechnischen oder gesundheitlichen Gründen nicht kastriert ist? Dann wirst du früher oder später die erste Läufigkeit miterleben. Damit du weißt, auf welche Anzeichen du achten solltest, damit es nicht zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt, verraten wir dir in diesem Video vier Anzeichen dafür, dass deine Hündin gerade läufig ist. Nummer 1. Verhaltensänderung Während der Läufigkeit wird deine Hündin nervöser, aufgeregter und vorsichtiger sein. In manchen Fällen kann eine Hündin aggressiv gegenüber anderen Hunden werden, besonders wenn aufdringliche Rüden ihr zu nahe kommen oder sie nicht in Ruhe lassen. Dir gegenüber wird deine Hündin anhänglicher und verschmuster sein. Es kann aber auch sein, dass sie plötzlich schlechter abrufbar ist als vorher. Nummer 2. Häufiges Urinieren bzw. Markieren Während der Paarungszeit uriniert die Hündin häufiger, damit die anderen Hunde wissen, dass sie läufig ist. Als Geruchssignal beschnüffeln die Rüden die Hündinnen während der Paarungszeit aufgrund der hormonellen Veränderung häufiger. Zudem kann ein gelblicher, wässriger oder schleimiger Ausfluss auftreten. Nummer 3. Veränderter Appetit Der Körper einer Hündin braucht während der Paarungszeit mehr Energie und somit steigt ihr Appetit. In den seltenen Fällen, in denen die läufige Hündin weniger aktiv ist, kann der Appetit jedoch abnehmen. Und Nummer 4. Wachsene Fangemeinschaft Sind andere Hunde in der Nachbarschaft auf einmal stärker interessiert an deiner Hündin? Auch das ist ein Zeichen für Läufigkeit. Die Rüden nehmen den Geruch wahr und lassen deine Hündin nur ungern aus den Augen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst. Schreib mir auch gerne die Glocke zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren.